Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 5. April. Heute dabei YouTube, Facebook, Cambridge Analytica, Siri, iOS und Tinder. Ja, bei YouTube gab es hier einen Amoklauf. Eine Attentäterin ist in das Gebäude, in das Hauptgebäude von YouTube eingedrungen, hat geschossen, mehrere Menschen auch verletzt und sich am Ende selber umgebracht. Und mittlerweile gibt es wohl Hinweise auf ein entsprechendes Motiv. Und das Motiv ist, dass die Frau YouTube dafür verantwortlich gemacht hat, dass sie keine Einnahmen mehr hat, nicht mehr von ihren YouTube-Videos leben kann, weil ihre Videos nicht mehr so oft angezeigt werden. Ja, gut, wenn das jetzt der Grund ist, macht es das auch nicht besser. Aber zumindest bekommt man so ein Bild davon, was da in der Frau vorgegangen ist. Und ja, die Behörden kommen Schritt für Schritt weiter. Anderes Thema. Aber auch hier geht es um eine nicht schöne Sache und zwar um den Datenskandal von Facebook. Dort hat ja die britische Firma Cambridge Analytica Daten abgegriffen. Also nicht geleakt oder gehackt oder sonst wie. Alles Daten, die die Nutzer freiwillig Zugriff aufgegeben haben. Und wahrscheinlich auch diverse Nutzer auch heutzutage, heute sogar noch machen. Von daher guckt, was ihr auch zulässt mit euren ganzen Apps und Facebook-Logins. Und überlegt euch zweimal, ob ihr das nutzen wollt. Bislang gab es ja ein paar Zahlen und mittlerweile hat Facebook jetzt bekannt gegeben, dass bis zu 87 Millionen Nutzer von diesem Datenskandal betroffen sind mit Cambridge Analytica. Und hauptsächlich sollen das US-Bürger gewesen sein. Facebook wird in dem Zug auch ab dem 9. April im Newsfeed oben links auch eine Info geben, welche Apps die Nutzer gerade verwenden oder Zugriff zugegeben haben und welche Informationen diesen Apps zur Verfügung gestellt wird. Das finde ich eine gute Sache und wir halten natürlich weiter ein Auge drauf. Kurz nachdem nämlich auch 87 Millionen Nutzer von Facebook angegeben worden sind, hat Cambridge Analytica sofort laut gegeben und hat gesagt, das wird nicht stimmen. und haben gesagt, sie hätten nur 30 Millionen Leute gehabt, die ihnen letztendlich in Anführungsstrichen Daten zur Verfügung gestellt haben und die wären auch nicht in der US-Wahl 2016 verwendet worden, als sie vom Trump-Team angeheuert worden sind. Tja, es bleibt also spannend und wie gesagt, auf beiden Seiten, wir halten Auge drauf und informieren euch hier im Giktok-Daily. Ganz anderes Thema, Siri. Ja, Siri versteht mich nie so richtig und da bin ich glaube ich auch nicht alleine und Siri muss einiges noch tun, um mit Alexa und auch dem Google Assistant mal auf Augenhöhe zu sein. Und deswegen hatte Apple auch 128 Jobs zur Verbesserung von Siri ausgeschrieben und einer davon ist jetzt besetzt und zwar sehr hochkarätig mit John Gianni Andrea. Wenn ich das richtig ausspreche, aber dann schwieriger Name, der war nämlich bisher Google Leiter der Abteilung, also bei Google Leiter der Abteilung Suche und Künstliche Intelligenz. Tja, und der wechselt jetzt zu Apple. Wird auch direkt an Tim Cook reporten und bei Apple den kompletten Bereich Machine Learning beziehungsweise Strategien für Künstliche Intelligenz verantworten. Tja, ich bin gespannt, wann wir denn bei Siri mal ein paar Fortschritte sehen. Anderes Thema, auch Apple und iOS, Bloomberg, also die Analysten von Bloomberg, die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie Informationen haben, dass Apple wohl an der Technologie arbeitet, die Gesten überhaupt des Displays erkennt. Also man berührt das Display nicht mehr, sondern die Finger sind über dem Display und entsprechend werden sie erkannt und dann wird daraus ein Befehl abgeleitet, der dann ausgeführt wird. Tja, das wäre die so gesehen dritte Instanz. Wir hatten da ganz normal Multitouch, dann hatten wir 3D-Touch bei Apple seit dem iPhone 6S, wo man einfach mit ein bisschen Druck Zusatzfunktionen auslöst und nun eventuell dieses Hovern mit Touch über der Bildschirmoberfläche. Tja, 3D-Touch ist ja auch nie so richtig angekommen. Mal sehen, ob diese Technologie so richtig ankommt und wann sie denn kommt. Die wird wohl noch nicht in diesem Jahr in den neuen iPhones sein, dann wohl eher in 2019 nach der Vermutung von Bloomberg. Letztes Thema für heute, Tinder. Die Dating-App wird jetzt auch Video machen. Also alle machen Video, Tinder macht auch Videos, aber auf eine sehr eigene Art und Weise, denn die Funktion Tinder Loops, wie der Name schon sagt, ist eher so eine Art wie so ein GIF, so ein gelooptes Video von zwei Sekunden, wo man jetzt nicht so viel unterbringen kann, womit Tinder sich aber verspricht, dass man zumindest einen Eindruck von sich vermitteln kann, der ein bisschen eindeutiger ist als nur auf einem Foto und sie verspringen sich da sehr viel von in ihrer App. Das neue Feature wird erstmal bei iOS eingeführt. Dort gibt es dann den Button Add Media und schauen wir mal, ob es angenommen wird. Ja, und das war es auch für heute schon. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und hoffe, wir hören uns morgen zum Ende der Woche nochmal. Bis denn, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.